Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem weiteren Staple Piece und für die richtig Kleidungsfanatischen unter euch hätte dieses Staple Piece viel früher kommen müssen, aber wir machen ja hier keine Hitparade. Ja, heute ist es der Burberry Trenchcoat, ein Kensington, um genauer zu sein. Und ich bin sechs Jahre lang wie ein Löwe um seine Beute um dieses Kleidungsstück herumgelaufen. Ich war unzählige Male bei Burberry und ich habe ihn unzählige Male anprobiert und geguckt, welches Modell könnte denn das Richtige sein. Ich habe mich dann für die goldene Mitte für den Kensington entschieden. Es gibt ihn ja in verschiedenen Variationen, obwohl man sagen muss, dass die Klassiker immer gleich bleiben. Leider bleibt aber auch der Preis immer gleich, beziehungsweise erhöht sich jedes Mal ein kleines bisschen. Aber den gibt es nie in irgendwelchen Outlets oder sonst wo zu sehen. Der Klassiker bleibt der Klassiker. Als ich ihn dann hatte, habe ich mich nicht getraut, ihn aus dem Kleidersack zu nehmen, weil ich, weil, und da müssen wir gar nicht um den heißen Bayer rumreden, es ist unfassbar unmöglich viel Geld für ein Kleidungsstück. Und das sollte eigentlich jedem, egal wie viel Geld er hat, nicht leicht fallen, sondern wirklich nur die Menge Geld aus der Hand gleiten, wenn man sich in ein Kleidungsstück so sehr verliebt hat und man da so viel Lebensfreude draus schöpfen kann, so wie ich es aber getan habe. Und eigentlich versuche ich ja, oder hatte mir vorgenommen, bei den Staple Pieces so viel wie möglich nur das Kleidungsstück zu nennen, so wie wir es gemacht haben bei Chelsea Boots oder wenn wir jetzt Peacoats oder Sonnenbrillen. Aber für mich ist es nun mal so, dass gerade bei Trenchcoats der Boss aller Bosse, der Babo aller Babos, der Taipan der Trenchcoats, der Burberry Trenchcoat ist. Da gibt es überhaupt kein Vertun und jeden Cent, den ich in einen anderen Trenchcoat investiert hätte, wäre nur ein Cent, der mir auf dem Weg, den Trenchcoat zu kaufen, an Erspartem gefehlt hätte. Also da gab es keine Alternativen für mich. Das soll, muss bei jedem anders sein. Aber für mich eines der ganz großen Wunsch-Staple Pieces immer auf der Liste, weit oben gewesen, neben, bei vielen ist es ein Kamelhaarmantel oder weiß der Geier, was es ist. Bei mir war es stets der Burberry Trenchcoat, denn irgendwie so viele Leute, die ich aus der Popkultur bewundert habe mein ganzes Leben lang, haben ihn mir vor der Nase herumgetragen und als ich ihn dann das erste Mal anhatte, war es wirklich so, viel schöner wird es nicht. Und ja, das also mein Staple Piece für heute, der Burberry Kensington Trenchcoat. Ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem hoffentlich wesentlich preiswerteren Staple Piece. Und ja, das ist es, wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem hoffentlichen Staple Piece.